Sophia, die Tochter von Daniela Katzenberger und Lukas Cordalis, steht ihren Eltern in nichts nach. Auf dem roten Teppich stiehlt sie allen die Show. Was für ein aufregender Abend für Sophia, die Tochter von Daniela Katzenberger und Lukas Cordalis. Anlässlich der Benefiz-Gala der McDonalds-Kinderhilfe durfte sie ihre Eltern erstmals auf einen roten Teppich begleiten. Doch von Nervosität ist bei der Schülerin keine Spur. Sie strahlt für die Fotografen und stiehlt allen die Show. Ihre Eltern sind baff. Daniela Katzenberger. Alle haben nur Augen für Sophia. Ungewohnter Anblick. Normalerweise laufen Daniela Katzenberger und Lukas Cordalis zu zweit über rote Teppiche, posieren für die Kameras und geben Interviews. Doch am Samstagabend, 26. Oktober, haben sie einen Special Guest im Gepäck. Ihre Tochter Sophia. Die feierte eine echte Premiere. Denn noch nie zuvor durfte sie ihre Eltern auf einen roten Teppich begleiten. Kein Wunder also, dass das Interesse an ihr riesig war und alle Augen auf die Kleine gerichtet waren. Ich finde das so krass, vielen wäre da sicher die Düse gegangen. Doch Sophia bleibt cool und strahlt in ihrem weißen Kleid im Blitzlichtgewitter. Und sie steht sogar den neugierigen Journalisten Rede und Antwort. Da sind auch Daniela und Lukas baff. Im Gespräch mit Bunte plauderte sie übers Kochen und erklärte, sich häufig McCheese zuzubereiten. Ich finde das so krass, bemerkt ihre Mutter anschließend und ist sichtlich erstaunt, wie professionell ihre Tochter schon agiert. Auch Lukas zeigt sich verblüfft, wie selbstsicher Sophia den großen Auftritt schon beherrscht. Ich bin total überrascht, dass sie so frei ist und aus sich herauskommt, verrät er, Bunte. Trotzdessen wird sie künftig ihre Eltern nicht regelmäßig begleiten. Jetzt wird sie für ganze lange Zeit auch nicht mehr mitkommen, stellt ihr Vater klar. Noch ist Sophia nämlich vorrangig Schülerin. Veranstaltungen zu besuchen, wird vorerst nicht die Regel werden. Doch nach diesem Abend, an dem sie Daniela Katzenberg, Lukas Cordalis und auch den anderen Stars die Show gestohlen hat, steht einer späteren Karriere im Rampenlicht eigentlich nichts im Wege.